Nix bestimmtes. Also das ist der Nick, das ist der Sohn von meinem Kollegen hier und der ist echt so, hat voll die schöne Stimme schon sehr weiter. Sag mal was. Hallo alles klar bei euch. Papa will es auch ins Video. So hier das sind die beiden. Jetzt machen wir das mit der Stimme, wenn ich das anhalte. Hallo alles erreicht. Das war hier vom Sommerfest. Unser Test. Also meine normale Stimme ist so. Jetzt ist es ein bisschen Veränderung. Ich will nicht zu viel machen. Das war hier vom Sommerfest unser Test. Willst du auch mal mit Dings machen Papa? Wie? Komm her. Wie? Komm, geh auf mich. Das war zu Miki. Cool. Wzen. 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 Augen.